so ich habe mal wieder starter im lager gewählt das ist immer ganz praktisch habe ich noch irgendwas zu spenden erst mal als eines erstes hole ich mir ach so kann ich da auch hier machen meiner box wo sind die und wo ist mein lager und warum bin ich hier und es regnet schon wieder er schneit aha jetzt bin ich hier so nicht nicht da war ich glaube ich freue auch schon so holen wir unsere lieferung ab das war's 75 habe ich noch ja aber was ich noch so ein bisschen scharf wäre irgendwas zum spenden so noch ein bisschen fleisch spritzeln dass wir die hausforderung anschauen na eigentlich 300 waren es glaube ich für den schoffett revolver der ist bestimmt dann auch besser also 300 würde ich da haben und allgemein ich soll mich einmal betrinken ein hund streicheln fleisch schon wieder fleisch essen gewürzte schweinefleisch gekocht schweinefleisch da kann ich ja fünfmal schweinefleisch essen fünfmal das fern fünf schweine trupp rinnen also fünfmal schweinefleisch kochen habe ich auch noch schweinefleisch ich glaube es wird verkauft vor allem so schweine angehalten wegen es werden schon wieder vorräte benötigt und wenn ich die ver wenn man muss 20 ausgeben und 62 zu kriegen als erstes damit du da ein bisschen weiterkommst ich glaube nicht nur schweinefleisch hat, ich kann ja mal gucken das ist alles gekocht, das muss ja unter zutaten sein, ne? ich hab kein schweinefleisch mehr, hab ich verkauft betrunken soll ich mich auch was haben wir hier, mal die ganzen Reste saufen, oder? äh, ein Gin noch ein Bob okay das ist krank sieh was sieh 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 Ja, ich hab keine Schweinefleisch. Ist mein Pferd schon gefüttert? Nein, ne? Nun fahr ich mal die Waren, bevor die da irgendwie vergammeln. Kann ich jeden Tag fahren. Da krieg ich nicht viel mehr. Ich muss mir das jetzt jedes Mal erzählen. Und zu denken, dass mein Paus gesagt, dass ich ein drunken hobo sein würde. Ich bin ein drittel. Ich bin ein drittel. Ich bin ein drittel. Das heißt, ich bin ein drittel. Ja... Ich bin ein drittel. Wie soll ich denn da rüberkommen? Was ist da unmöglich? Warum schießt denn du? Weiß ich auch nicht. Warum kann ich da nicht noch was anderes? Konrad nicht. Komische Scheiße. Dann kann ich meine Waffen nicht wechseln. Nimm die Waren an dich. Ich denke die Waren wurden zerstört. Erstaunen geht das? Warum bieten das nicht? Er schießt auch nicht. Dann halt im Dauerloch. Also hier mit diesem Wagen über die Brücke ist ein schlechter Witz. Warum zeigt er mir sowas an? Man muss von allen Seiten. Scheiße. Noch jemand ohne Fahrschein. Warum kann ich die nicht auf mein Pferd packen? Da muss ich den Fuß laufen. Ja, das ist ja doof. Also auch von der Dings ist das doof. Hier kann man mit dem Wagen nicht lang. Hätte ich die Dings nehmen sollen. Jetzt kommt da das Stückchen ja nicht drauf. Warum habe ich mich nur an der Gelderloch? Ich bin hier im Ninho orientiert. So schaffe ich das nicht. Ich bin hier im Ninho. Oh, das ist ja dann wohl. Oh, das ist ja dann wohl. Oh, nix mit Blinden, oder? Da ist doch keine Zeit für solche Spielchen. Hm, jetzt sie waren. Du hast doch keine Zeit. Oh, das ist ja dann wohl. Oh, das ist ja dann wohl. Ich frage mich immer noch, warum kann ich den hier auf mein Pferd legen? Du bist doch noch mal. Vielleicht heißt es nur zufällig auch ablegen. Jetzt kommt schon der nächste Idiot. Ja, und wir sind nicht tot. Nimm die Waren an dich. Wo sind denn die Waren? Wo sind die Waren? Da unten war das X-Riss. Ja, ja, und schon mit ein Zeit knapp. Geht doch verstauen. Das ist natürlich einfacher. Und nicht immer die Ware fallen. Oh, der hat 7 Schuss. Das ist gut. Ein größeres Magazin. Das ist nicht übel. Das war ja immer das Problem. Da stand auch nirgends wo. Das ist das größte Magazin hier. Da hab ich nicht mal geschaffen, was mit dem Schoffel drüber ist. Wenn ich mir den mal leisten kann bei 300. Ich glaub 300 ist besser. Ja. 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 Howdy there, friend. und wie schon habe ich gekriegt 62 50 oder ein bisschen 200 xp 50 dollar pro händler 250 xp 62 50 wahrscheinlich für alles das ist ja gar nicht der das ist eine schande schon mal besser die reichweite ist gut die neuigkeit ist super und er hat doch leider noch fünf ich dachte schon welche schweine für das freie soll ich kochen vielleicht kann ich etwas anders verkaufen aber ich glaube ich habe das, oder? ich habe doch erst gestern alles verkauft ah, da ist nichts mehr ah, da können wir ja rangehen na, dann mache ich da unten das und da mache ich mein ja, dann wollen wir mal und ich habe jetzt nicht gerade besonders viel 100 Dollar ja, dann wollen wir mal ich könnte gleich hier eine einen Auftrag unternehmen gucken wir erst mal um ah, ich glaube das scheiden wir am sinnvollsten hier hätten wir noch einen der Hector ja, nee das bringt irgendwie immer am meisten ja, dann wollen wir noch Schweine Schweine erschießen und Schweine kochen und Schweine kochen das kann ich eigentlich, glaube ich, auch mein Lager nach Great Plains das ging mir nämlich ziemlich auf den Keks mit dem so cool ist da unten nicht Lager ne so wäre das so ich so das also das 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 Was soll ich denn hier machen? Adlerauge benutzen, um Zielpersonen zu verfolgen. Verstärktes Lasso. Okay, Händler. Einmal spenden. Ein Hund streicheln. Fleisch essen. Gewürzte Schweine Fleisch kochen. Schweine geholt. Heute ist Schwein. Schwein angesagt. Den hier. Mit dem Müller bin ich immer ganz gut gefahren. Mit dem Müller kalt. Ist da wohl nicht wahr. Hm. Was ist das? Was ist das? Wir wollen euch das. Wir wollen nicht. Was ist das? Das ist das? Ich bin doch wieder bis nach Kexton Landing. Ich bin doch wieder bis nach Kexton. Ich bin doch wieder bis nach Kexton Landing. 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 Ich versuch's mal da vorne mit dem Gebäude. Ich bin doch wieder bis nach Kexton Landing. 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 Der Problem wäre es. Ich bin doch Bcit. Das war aber nix, das ist nix sooo. Und das Gewehr ist auch zu langsam, das ist was für weite Entfernung. Was ist denn? 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 Was ist denn?